Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Civilization 6. Wir starten die nächste Runde und haben dann das Handelszentrum fertig. In dem letzten Part haben wir erfahren, dass der Vulkan Lachia See vielleicht ausbricht wird. Jetzt wieder ein Zitat von Alan Smith. Verteidigung ist besser als Opulenz. Ich habe ein Dust in. Nein, 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 nein. Amen. 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 so immer kurz dachte realität geguckt oder wie das auch heißt das geht schon die türkei macht aus ihnen nicht zu schaffen wenn das natürlich ist wieso müssen menschen dann eine ausbildung machen um es zu lernen jetzt ein zitat von john bärs wenn das töten natürlich ist warum müssen dann menschen eine ausbildung machen um es zu lernen ich verstehe es ja auch nicht noch das wollen wir nicht machen der hafen und der leuchtturm der hafen ist da ja der hafen müsste und dann ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Diplomatie-Siegpunkt. 100% Bergroll. 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 So, Produkt-Session. Ganz wichtig, einen Moment. Da produzieren wir als nächstes einen Händler. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen, meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Leemoy ist ein Zitat von Leemoy Signet, es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen, meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Ich kann, ich will verstehen, ja, ein Zitatpunkt und wir sind im Normalen, jawohl. Was steht da drüber? Das ist die Donau und hier ist die Elbe. Das Kaspische Meer. 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 Ganz wichtig. Musik wichtig lauter papiere und formulare der ganze staatsapparat ist wie eine festung aus papieren formularen und und jetzt ein zitat von alexander ostrovski lauter papiere und formulare der ganze staatsapparat ist wie eine festung aus papieren formularen und regeln meine liebe das wollten wir noch machen die fordenschaft machen monarchy wir wollen der leuchtturm band hier es gibt eine leuchtturm im hafen die kürze die kürze Okay. 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 Vergiss das. Ich mach das nicht. Warum sagst du Mooman? Uh, Lull. Das ist ein Aquoduct. Das heißt, ich mache. Das war's. Das ist so cool. Das ist so cool. Und gleich mit denen der Krieg erklären. Jawohl. Jawohl. Ja, möchten die den Teppel bauen? Ja. Ja. Sollten wir doch bei denen sein, oder? Ja. Ja. Jawohl. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Zerstören, bauen, kämpfen. Jetzt ein Zitat von Igner Brigade, zerstören, bauen, kämpfen. Motto der amerikanische... ... Alter, soll ich das bringen? Was? Ja, München. Die Stadt, die eine Straße bekommen wird, hier, zu uns. Oh, nein, nichts. Was soll ich machen? Oh, nein. Das ist einfach nur... Alter, das tut weh. Starten wir mal noch einmal und dann geht's ab. Ab auf die Stadt hier, die hat nicht so viele Einheiten. Ich bin locker schon bekämpft. Wenn die da lang gehen würde ich hier gleich mal an. Ich hab nicht dieses Peter-Scheiß-Teil. Ich hab kein Salpeter. Nein. Geil der anderen auch nicht. Das ist geil. Und sagt Michel nein. Ich geh auf Bogenschützen, weil... Ich geh auf Bogenschützen, weil... ganz leise Bogenschützen machen. Geh mir nämlich von da schon auf die Stadt. Der muss einen weiter nach vorne. Oh Gott, das ist jetzt mal so schmerzen. Die gehören noch. Die gehören noch. Den selber, aber gleich nicht mehr. Sie ziehen sich zurück, okay. Was ist das? Hohohoho, danke. Diplomatische Kunst, Alter. Wie fühl ich da aber noch? ... Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. Jetzt ein Zitat von Theodor Roosevelt. Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. Nee. Flussüberschwemmung. Da an der Daenionju. Nur das hier. Der Gesandte. Der Gesandte. In fünf Runden bist du da. Und in fünf Runden sollten viele Leute da sein. Also die Burg schützen. Die dann angreifen. Weil mein Papa hat gesagt, der das hier mal gespielt hat, du musst auch Kriege machen. Das ziehe ich jetzt als Konsequenz. Weil echt. Es ist so, wenn man keinen Krieg macht, dann kann man dieses Spiel auch nicht gewinnen. Das heißt, wir werden gleich mit dem Krieg stiften und dann da reingehen. Weil nur wenn man Krieg mit denen macht, die man angreifen möchte, kann man rein. Was haltet ihr davon? Eisen. Na danke. Keine offenen Grenzen. Das ist jetzt ganz wichtig. Niemals offene Grenzen. Nie. Eisen ist komplett egal. Du kommst weg, Alter. Ich kommst weg davon, ich versuch. Ich kann den jetzt abbern. Ich kann es aber nicht. собственно, ich kann den jetzt nicht besonders schreiben. Ich kann das aber nicht. Bilder dahin. Schrausen, so. Das ist wild. Ich weiß, was er... Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Angriff. Das muss man zu spüren bekommen. Das muss man zu spüren. Wir grüßen euch, Devi Minakshi, die ihr wie tausend Millionen Sonnen erstrahlt, geschnückt mit Armbändern und Kränzen. Ihr, die ihr glückhaft seid, die ihr die Existenz verkörpert. Ich verbeuge mich immer vor euch, deren Mitgefühl groß wie ein Ozean ist. Jetzt ein neues Zitat von Adi Shankara. Wir grüßen euch, Devi Minakshi, wie tausend Millionen Sonnen erstrahlt, geschmückt mit Armbändern und Kränzen. Ihr, die ihr glückhaft seid, die ihr die Existenz verkörpert. Ich verbeuge mich immer vor euch, deren Mitgefühl groß wie ein Ozean ist. Zitat von Adi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, voll. Krieg. Mal mehr Bugenschützen. Und jetzt komm. Schießt jetzt so auf uns. Ja klar, jetzt gibt's noch sowas. Ach so, der schießt so auf uns, ja. Nein. Jetzt kann ich euch leider die Zitate nicht vorlesen. Ich muss mich konzentrieren. Gehst du da hin und der kommt schon an, oder? Ja. So, wenn greift er jetzt an? Nee, 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 nee. Greift er mich an? Ja. Frieden. Frieden. Du musst weg. Und du auch. Und du auch. Ja, guck mal, was die machen. Die gehen bestimmt auf München, oder? Ja klar. Ja klar, die gehen auf München. Es war ja so klar. Nee, Reiter, Digga. Hilfe. Oh Mann. Das Katapult, es muss so schnell wie möglich drei Runden, jawoll. Der greift jetzt den an und der greift den an, jawoll. Ja klar. Schauen wir mal, schauen wir mal. Muss ich etwa angreifen, oder? Wenn. Ah. Ja. Ja. Wenn. Oh. Da. Frau. Oh. Ah. das ist jetzt aber ab die post ihr weißt welche ihr wisst welche folgen das jetzt hat der fahnen angriff geht auf dich mein lieber rita Bamm, 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 bamm. Oh, es lebt nur noch einer. Der Reiter. Gack, 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 gack. Oh, jetzt kommen sie da alle. Oh, jetzt. Jetzt, das, das wird zerschmettert. Fehler. Oh Gott, jetzt wird. Bamm. Gut schauen, ne? Okay, ja. Hoppa, hoppa, Reiter, wenn sie fängt und schreit. Das wird so nice. Die werden mich nie besiegen können. Mit dem Reiter da. Alter. Was machen die? Ach so, ja. Okay, ja gut. Ohne Mathematik gibt es keine Hand. In der Demokratie zählt die Entscheidung. Blablabla, 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 jetzt ist es hier. Aber ja, gut, mach. Was Richtung will. The Make. Streitwagen. Auf den Arm. Ablenkungsmanöver. Deutliche Niederlage, ja gut, dann halt. Oh ja. Das tut weh. Jetzt kommt meine richtige Armee. Jetzt kommt sie. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder aufgelevelt. Das ist okay. Ich bin schon wieder gefahren. Ich bin schon wieder vor, ne? Das ist cool. Das kriege ich jetzt Fernangriff, ja. Locker Fernangriff. Und sie kommen. Zack, 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 zack. Jetzt werden die Locker angreifen. Oh, wow, wow, wow. Tut uns nicht so viel, ne? Jetzt kommt sie, wenn es ocean geht. Ich bin schon wiederajen. Ich bin schon wieder. Das ist richtig. Ich bin schon wieder. Bit. Wir müssen wiederajen. Der wird das assassine. Ich bin schon wieder. das erste wird bestimmt das erste wird das erste wird das erste wird das erste wird das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020